Kinder, wie die Zeit vergeht? Plötzlich ist es schon wieder Dezember und damit Zeit für einen Adventskalender, wie jedes Jahr hier bei Studio 71. Kaum fang ich an, fang ich an zu reden. Egal. Hinter dem ersten Tor steckt der Tor des Monats. Und ich verlose hiermit vier Karten für das Finale von The Voice of Germany. Also das sind dann natürlich richtige Tickets und nicht hier so Muster, Künstler. Ist auch hinten was drauf, ist noch kleiner, aber es sind vier. Zwei mal zwei. Neben der Verlosung gibt es auch noch was zu ersteigern und zwar für den guten Zweck. Diesen wunderbaren Stuhl. Das ist ein Originalstuhl von Last Man Standing 3. Das heißt mit ein bisschen Glück hat da irgendein namhafter YouTuber reingesessen. Und zu guter Letzt auch ein Special. Nur in diesem Video, nur exklusiv in diesem Adventskalender, hinter diesem Türchen verlosen wir, nein, versteigern wir im Dark Web Bina. Hashtag Bina's Dark Room. Und Ilja hat schon fleißig eingezahlt, deshalb Trudig-Hochdick.